Herzliches guten Morgen von meiner Seite. Heute ist ein spannender Tag. Wir erwarten viele Antworten vom Ex-Minister Darabosch. Unter anderem, wie er einen Vergleich hat abschließen können, den niemand in der Republik außer er selbst versteht. Und wir Millionenbeträge herzustimmen können, ohne dass wir dafür Detailaufstellungen haben, gegenüber ERDS Eurofighter. Gibt es Fragen meiner und mich? Dankeschön.